Und damit willkommen, du solltest dich bewegen, weg von mir, weg weg weg. Du solltest dich bewegen. Hab ich doch. Egal, damit willkommen zur zweiten Folge Shadeshop Live mit schon wer und mir. Ich habe zwei Sniper und die sind nicht so gut. Habe ich ein Messer, dann gehe ich auf Nahkampf. Ich habe kein Messer. Okay, jetzt erst mal gucken, wie ich treffe mit einer guten alten Ghostbomb. Pow! Wenn du jetzt genau so schießt, dass du keinen triffst. Ah, der muss hier treffen. Okay, wir haben eine gewisse Flugbahn auf. Ist nicht mein Problem, ist ja dein Problem. Auf jeden Fall Shadeshop Live. Guckt die erste Folge, wenn ihr die nicht gesehen habt. Da waren wir noch super Noobs, jetzt sind wir nur noch ziemlich hart den Noobs auf. Was ist das? Das ist ein Pixel. Und das ein Fröschen. Beziehungsweise Kaulquappen, die hast die Form von den Fröschen. Okay. Oh! Ah, ich treffe aber so mit der Sniper nicht, glaube ich. Egal, nämlich ein Pixel, der wird Damage machen. Okay. Oder? Horizon Pixel. Ja, Pixel am besten. Pixel ist am besten. Egal, jetzt finde ich die. Feuers! Viele verschiedene Waffen, kleine Panzer und schon wäre der... Alter, der war perfekt von uns beiden. Bin stolz auf dich, Bussi. Ähm, wo fährt der hin? Dem ist schon klar, dass er uns... Okay, ihm ist klar, dass er uns so nicht trifft. Der Leo-Like war übrigens Level 52, da kommt nicht mal ich ran. Kannst du über mich havern, welches Level ich habe? Äh, nein. Doch, kannst du. Nein. Doch, kannst du. Jetzt, weil ich halt Items drin. So, was nehme ich denn? So. Hoffentlich treffe ich nicht die Wand. Okay, gut. Hoffentlich treffe ich. Dann müsste der schon mal... BANJUNGEN! Hat der mich gefressen haben. Kannst du versuchen mit mir den Airplayern, nenne ich es nur eine... Leucherts genau über mir! Ey, nicht bewegen, Airplayer! Das war doch nicht nett von dir. Wahrscheinlich bist du jetzt tot. Leucherts, du lebst. Ich kann mich nur so wenig bewegen, Mann. Ja, du musst bewegen, Leveln, dann kommst du auf so steile Berge hoch. Ich sollte treffen. Kannst du versuchen, den Airplayer mit mir tot zu machen? Weil ich glaube, ich kriege den mit dem Schuss nicht tot. Ich versuche es. Kann sein, dass ich dich treffe. Bitte nicht. Okay, das ist gut, das ist gut, das reicht. Nicht. Ich bin weitererwischt. Ich bin weitererwischt. Scheiße! Okay, vielleicht treffe ich den anderen noch. Ja, komm, bitte. Fuck, ja, komm. War knapp, war knapp. Du bist tot. Du bist tot. Du bist tot. Na, ich überlebe es, ich weiche es aus. Ninja! Ah, ja, Ninja! 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 Die haben einen neuen Damage gemacht. Tschüssi! Oh! Versuch aus der Schussbahn zu fahren, wollte ich sagen, aber es ist schwer. Okay, versuch wieder irgendwo hinzuschießen, wo du kannst. Ich versuche den vorderen jetzt so langsam zu damagen mit einem Kaktus. Was hat er gerade geschrieben? Wuh! Wandel! Kassersapt. Alles klar, das gibt's Sinn. Wenn der Back-Roller abprallt, dann ändert er die Richtung. Ebenso wie der normale Roller. Ich habe 60 Damage gemacht. Wobei ich nicht nur den getroffen habe, den ich treffen wollte. Ist okay. Nice Shot. Woll, du hast Rüstung. Warum hast du Rüstung? Weil ich geskillt habe. Boah, du Skiller! Ich snipe jetzt einen weg. Sicher? Ich treffe nicht, aber... Wie du meinst. Gut. Meins, bitte. Okay. Kriege ich dich weg? Für Leben hast du 83. Mit dem Zipper würde ich gut Schaden machen. Aber den Zipper benutze ich später. So. Pam! Komm schon. Ich glaube, du triffst. Ich believe in dich. Fast. 80 Damage so knapp. 3 Leben hat der. Egal, deren Schussband gegen dich ist jetzt ein bisschen beeinträchtigt. Hoffe ich. Durch den Ring. Er holt mich trotzdem, was er will. Aber er kriegt es nicht. Ich bin ein Ninja. Hast du ein Erdbeben als Waffe? Nein. Schade. Der macht 10 Schaden safe auf jeden Gegner. Oh. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Okay, du bist. Ich wollte gerade sagen, wenn du das überlebst, dann... Der hat aufgegeben. GG. Easy. Und wie treffe ich den jetzt? Eine Granate. Ich habe keine Granate. Ich habe keine Granate. Habe ich eine Granate? Oh, ich habe eine Idee. Okay. Fick a B. We've got you. Was ist denn? Nice. Das war eine lustige erste Runde. Wir sehen uns dann gleich in der nächsten. Yo. Team Terminal sind mehr. Okay. Team Terminal sind mehr gegen die nächste Runde. Oh nein. Ich versuche mich an den Berg zu feststellen. Ich komme hier nicht hoch. Ich glaube, ich habe verkackt. Ich bin safe. Für immer. Ich habe mich in ein Loch manövriert, wo ich... Ich habe geschossen. Stopp. Stopp. Du kannst das nicht abbrechen. Ich wollte auf weapons drücken. Ich habe geschossen. Ich treffe echt nicht. Alles klar. Beste erste Runde. Eine Runde. Zwei. Die gegen die Straits. Ich glaube, wir machen noch eine Runde nicht. Schneid die raus. Nein. Oh Gott. Ich fahre erstmal in ein Loch. Du schießt dich selber ab. Ich bin safe hier. Äh. Bitte nicht. Wobei, trifft mich. Dann komme ich hier wieder raus. Ah fuck you. Ach, das war so ein Ding. Oh, ich komme jetzt wieder raus. Vergiss, was ich gesagt habe. Okay. Warum habe ich keinen? Lass mal sehen. Was habe ich, was ich treffen könnte? Pau. Kann ich das treffen? Den Bubble Damage kriege ich nicht. Und nicht gerade nach oben schießen, bitte. Doch. Fand ich lustig. Okay. Erste Runde nicht so glänzend. Haben nicht getroffen. Oh, leil. Du kriegst das Double Damage. Loll. 80 Damage. Ich bin stolz auf dich. Schwerus Maximus Rex. Nice shot. Nice shot. Nice shot. Guck, jetzt kann ich Sachen in sein Loch schießen. Das hört sich ekelhaft an. Ist es aber auch. Okay. Ein Ringer und eine Schlange. Die Schlange trifft nicht. Die können wir hier nichts. Der Ringer trifft nicht. Was ist das? Äh. Der macht einen Ring. Um den Einschlagsort. Und der tut weh. Aber das Innere nicht. Oh. Dumm. Egal. Ich hab 60 Damage gemacht. Das ist schon mal gut. Äh. Wenn der seine Schlange jetzt genau dagegen schießt, kommt sie zurück. Ich kann ihn snipern, wenn er sich ein bisschen rechts bewegt. Oder vielleicht treffe ich ihn auch so. Ich weiß nicht. Ich glaub ich sollte auf dich schießen und dich da rausholen. Außerdem noch was dir. Ja. Ich glaub der Dings Dreads helfen, wenn die dich nicht treffen. Äh. Ich treffe ich mit meinem Sniper nicht mehr. Oh. ich wäre für meine seite bestimmt oder ich würde vielleicht etwas anderes habe ich irgendwas gutes wenn wir beide treffen ist der tod vermutlich treffen nicht du hast nicht doch was getroffen und das nicht lang war doof der bewegt sich und darf sich die erden willst du auf ihn schießen der nächsten runde was hast du für waffen die du auf ihn schießen würdest flower ich weiß auch nicht ob ich treffe ich versuche ihn zu treffen du schießt weit nach hinten okay ich versuche auch zu treffen wenn der weg ist es nämlich wenn er weg ist es gut ja nein er hat elf leben erdbeben reicht nicht hoffentlich kriegen wir in der nächsten runde weg du steckst halt echt in deinem loch fest ich sollte mir vielleicht mal das hinfahren er hat 20 jahre bekommen ja so habe ich auch bekommen das letzte mal ich treffe ihn 100% gut dann versuche ich den hinteren zu erwischen und ich habe so eine gewisse flugbahn das kann aber noch spannend werden ich hoffe der hat jetzt nichts was 128 und die kommt perfekter treffer ich weiß die beiden menschen okay wenn ich mich hier hinstelle müsste ich relativ genau treffen so ich habe pfeffer das richtig scheiße ich habe ich habe gemacht 75 h ich gemacht aber das war dein erster schuss in die richtung das ist das annehme war guck mal der hat dahin geschossen wo ich stand das fies das nehme ich mal ganz kurz Master Beam was ist das ich hoffe ich treffe meinen zwinkler 173 ist das sowas ich habe irgendeine waffe auf höchster stufe bekommen aber jetzt habe ich genick schmerzen vom lachen ich glaube das ist eine flower und der trifft hier den ring fuck aua hat gekrittet der schumler okay 107 und 173 war es oder das müsste so genau seine flugbahn sein hoffentlich treffen ich habe halt sonst nichts gutes das war die einzige gute waffe die ich hatte und die habe ich gerade bekommen boom nicht getroffen haben wir außen ein bisschen schalten habe ich gemacht das ist schön der ist halt auch nicht wirklich in einem loch ne kriegen wir nächstes mal waffen wieder ähhhh ich glaube eine runde noch uuuuuh ich fang hier mal ein bisschen weg oh shit ich glaube ich treffe ihn wenn der berg nicht so spitzt würde ich ja drüber fahren in seine richtung ich versuche mit dem digger zu treffen vielleicht ja ich versuche mit einem blitz erstmal da rein zu prügeln oh wenn du den digger drisst dann bist du mein freund du awesome guy und du machst double damage der ist tot der ist tot easy bye bye alter war ein nicer shot high five wie haben wir das gemacht ich lehne doch ich würde sagen falls euch diese folge gefallen hat dann noch bitte positiv bewerten kommentieren abonnieren seht wie immer bei schon wer rein oder nicht wie ihr wollt aber eigentlich schon eigentlich werdet ihr gezwungen schaut bei schon wer rein oh zahnräder ja termin ist raus bis zum nächsten mal und tschüss war schon geil tschüss 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 tschüss